Heute möchte ich dir einen äußerst ungewöhnlichen Trick vorstellen, mit dem du als Künstler es in Zukunft schaffst, besser malen und zeichnen zu können. Es ist eine effiziente Technik, mit welcher du dein inneres Auge und deine Vorstellungskraft deutlich verbessern kannst. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, dann bleibe dran. Gegenstände abzuzeichnen ist eine der besten Übungen, um sein künstlerisches Auge zu trainieren. Man bringt das aufs Blatt, was man vor sich sieht. Durch regelmäßiges Zeichnen wird man schnell besser. Wie aber schafft man es, sein inneres Auge und seine Vorstellungskraft deutlich zu verbessern? Und jetzt kommt der Trick. Wie ich bereits sagte, handelt es sich hierbei um eine sehr ungewöhnliche Technik. Du nimmst einen Schal oder ähnliches, verbindest dir damit deine Augen und zeichnest. Das ist totaler Schwachsinn? Nein, nein. Beim Blindenzeichnen schließt du deine Augen und zeichnest das Motiv, das vor dir liegt. Die Idee ist, dass du dich auf dein Gefühl für das Motiv konzentrierst, anstatt auf dein visuelles Urteilsvermögen. Indem du die Augen schließt, zwingst du dich, auf die Formen und Proportionen des Motivs zu achten und deine Hand koordinierter zu führen. Um diese Übung durchzuführen, benötigst du ein Motiv, das du zeichnen möchtest. Stelle das Motiv auf eine ebene Fläche oder lege es vor dir auf den Tisch. Schließe dann deine Augen und beginne zur Zeichnung. Versuche die Formen und Linien des Motivs, welche du dir zuvor eingeprägt hast, auf das Papier zu bringen. Sei geduldig und lasse dich nicht von kleinen Fehlern entmutigen. Das Ziel dieser Übung ist es, dein künstlerisches Auge zu schulen, damit du schneller und genauer die Formen und Proportionen von Objektern und Motiven wahrnehmen kannst. Wenn du diese Fähigkeit entwickelst, wirst du auch schneller und effektiver in der Lage sein, deine kreativen Ideen auf Papier oder Leinwand umzusetzen. Das ist eine witzige und spielerische Methode, wie du deine Vorstellungskraft verbessern kannst. Beginne mit einem einfachen Objekt und versuche einfach nur die Umrisse aufs Blatt Papier zu bringen. Du wirst sehen, wie schnell du Fortschritte machst. Es wird dir auch immer leichter fallen, dir Gegenstände einprägen zu können und diese dann künstlerisch umzusetzen. Probier es doch gleich selbst aus und schreib mir deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat dieses Video Spaß gemacht und du konntest dabei etwas lernen. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.